Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Mikkel! Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt. Ich bin hier gezogen. Welches Jahr haben wir? 1986. Jonas? Jetzt meld dich doch endlich mal. Wie soll das gehen? Irgendwo in der Höhle ist ein Riff in der Zeit, oder was? Es lässt dich durch die Zeit reißen. 33 Jahre rückwärts. 33 Jahre vorwärts. Kannst du mir mal sagen, was es soll? Draußen gibt es zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpft. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Schatten. Die Apokalypse. Es wird wieder passieren. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Wir kommen in der Zukunft. Es geht um alle. Deine Mutter. Martha. Du allein kannst sie rennen. Aber jede Entscheidung für etwas ist doch immer eine Entscheidung gegen etwas. Es muss einen Weg geben, das alles zu Ende. Er will, dass er letzte Zyklus beginnt. Die Apokalypse. Sie muss geschehen. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt. Genauso wie in deinem. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Nicht mehr lange. Dann beginnt der letzte Zyklus. Jake. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Mikkel! Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Diese Bericht und Pastorin war es damals. Es ist musonderes Zyklus. Es ist eine Diem. Es war genauer. Mit nur einem Eine Frau mit Mögen.